Am Anfang einer wissenschaftlichen Arbeit steht die Themenfindung bzw. das Formulieren einer Fragestellung. Vielen Studierenden fällt es schwer, ihr Thema so einzugrenzen, dass es in der vorgegebenen Zeit realistisch bearbeitbar ist. Hier lassen sich jetzt wunderbar KI-Tools für das eigene Brainstorming einsetzen. Starten wir mit dem Platzhirsch- und Allrounder-Chat-GPT. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Tools immer besser werden. Aktuell ist es doch noch so, dass die Qualität unserer Eingabe, des sogenannten Prompts, stark über die Qualität des Outputs entscheidet. Eine sehr wirksame Strategie ist es hier, Chat-GPT zu sagen, in welcher Rolle es antworten soll und ihm so viel Kontext wie möglich bereitzustellen. Ich habe hier einen beispielhaften Prompt vorbereitet und auch schon in Chat-GPT eingegeben. Und jetzt geht es eben darum, dass ich die Ergebnisse bewerte, vielleicht durch Regenerate auch alle verwerfe, mein Prompt nochmal spezifischer formuliere oder mit einzelnen Vorschlägen weiterarbeite und Chat-GPT diese nochmal anpassen lasse. Ein anderes Tool, das sich hier ebenfalls gut einsetzen lässt, ist Elicit.org. Über den Reiter Tasks rechts oben können wir die Funktion Brainstorm Research Questions auswählen. Hier tippe ich jetzt einfach die Stichpunkte zu meinem Thema ein und erhalte von Elicit verschiedene Fragestellungen. Die Fragestellungen, die jetzt in die gewünschte Richtung gehen, markiere ich mit einem Sternchen. Ich entferne die restlichen und kann mir dann noch weitere ähnliche Fragestellungen ausgeben lassen. Die KI kann mir so dabei helfen, auf Ideen oder auf Zusammenhänge zu kommen, die mir selbst vielleicht nicht eingefallen wären und können so letztlich zur Schärfung meiner eigenen Gedanken beitragen.